Gern jetzt eigentlich dir wieder eine Antwort als Text hinzufügen kannst. Eine Frage hinzufügen, dann den Auswahl Text und jetzt ist es möglich, dass der, der die Antwort gibt, dann auf diese Frage da einen Antworttext geben kann. Dann wähle er Platz für eine Zeile. Wenn er mehr Platz braucht für die Antwort, kann er bis maximal 4000 Zeichen eine Antwort geben. Dann wähle ich das da aus. Erforderlich heisst, es muss zwingend eine Antwort sein, wenn das da ist und das kann ich dann so einstellen.